Hallo wieder beim Thema Datenbank. Heute geht es darum, wie man den konzeptuellen Entwurf einer Datenbank macht. Ich arbeite momentan nämlich an der Erstellung eines semantischen Datenmodells für die neue Datenbank meiner Lieblingsbäckerei und möchte euch zeigen, wie ich dabei vorgehe. Viel Spaß! Betrachten wir zuerst noch einmal kurz den Lebenszyklus der Datenbankentwicklung. Aus der Domänenanalyse resultieren die Datenbankanforderungen in Form eines Textes. Basierend darauf können wir nun ein semantisches Datenmodell entwerfen. Das ist so etwas wie ein Plan der zukünftigen Datenbank, der noch vom konkreten Datenbanksystem unabhängig ist. Es wird manchmal auch konzeptuelles Datenbankmodell genannt, weil es das Ergebnis des konzeptuellen Entwurfs ist. Die Domänenanalyse der Bäckerei habe ich schon gemacht. Das Ergebnis daraus ist ein abstrahierter Text und liegt hier vor. Basierend auf den darin gesammelten Informationen darüber, was der Kunde will und was in der Datenbank gespeichert werden soll, legen wir jetzt mit dem konzeptuellen Entwurf dann los. Die Sachverhalte aus der Domänenanalyse werden dabei nun mittels weniger Grundkonzepte grafisch modelliert. Widersprüche und Mehrdeutigkeiten im Anforderungstext und auch darin noch fehlende Anforderungen können durch die grafische Modellierung entdeckt und auch beseitigt werden. Für diese grafische Modellierung der Sachverhalte kann man verschiedene Modellierungssprachen nutzen. Wir verwenden die moderne und standardisierte Notation von UML-Klassen-Diagrammen. UML steht hier für Unified Modelling Language. Im Hintergrund hier sehen wir die wichtigsten Modellierungselemente, die uns ein UML-Klassen-Diagramm bietet an einem Beispiel. Es gibt hier die Klassen, das sind die Kästchen, dann gibt es die Attribute als Einträge in den Kästchen und die Assoziationen, das sind die Striche zwischen den Kästchen. Aber es gibt auch noch einiges mehr. Wie die generelle Notation verwendet wird, lernen wir in diesem Video noch genauer an einem Beispiel kennen. Doch jetzt legen wir mit dem semantischen Datenbankmodell unserer Bäckerei los. Dazu analysieren wir nun die Datenbankanforderungen, indem wir den Text nach Entitätstypen, Attributen und Assoziationen durchsuchen. Doch was bedeuten diese Begriffe? Entitäten sind Objekte aus der Domäne, die eindeutig identifiziert werden können und über die konkrete individuelle Daten in der Datenbank gespeichert werden sollen. Dies wären beispielsweise Herr Gradischnig oder Frau Waldhasa, die beide in der Bäckerei arbeiten. Diese Entitäten wurden in unserem Anforderungstext bereits zu Entitätstypen abstrahiert. Entitäten selbst werden nämlich nicht im OML-Klassendiagramm modelliert. Modelliert werden Entitätstypen. Das sind Abstraktionen von Entitäten mit gleichartigen Eigenschaften. Dazu gehören zum Beispiel MitarbeiterIn oder Filiale. Da Entitäten im OML-Klassendiagramm nicht vorkommen, werden Entitätstypen in der Praxis auf oft einfach Entitäten genannt. Eine Assoziation stellt eine Beziehung zwischen Entitätstypen her. Bei MitarbeiterInn arbeitet in Filiale ist diese Assoziation das Wort arbeitet. Im unteren Beispiel ist das, dass ein Verkauf durch eine MitarbeiterIn abgewickelt wird. Und Attribute beschreiben Eigenschaften eines Entitätstyps oder einer Assoziation. Betrachten wir das Beispiel von einer MitarbeiterInn ist der Name und das Geburtsdatum bekannt. Hier sind Name und Geburtsdatum dann die Attribute des Entitätstyps MitarbeiterInn. Ein weiteres Beispiel ist, MitarbeiterInnen erhalten eine Provision für von ihnen getätigte Verkäufe. Hier ist die Provision, das Attribut der Assoziation, wie Kürtverkauf, ab. Nehmen wir nun unseren Text der Bäckerei-Domäne schrittweise her und beginnen mit dem konzeptuellen Entwurf der Bäckerei-Datenbank. Zuerst gehen wir auf die Suche in einem ersten Entitätstyp. Dabei suchen wir nach einem Nomen, das Objekte abstrahiert, die in der Domäne vorkommen. So finden wir zum Beispiel das Nomen Filialen im Text. Über jede Filiale der Bäckerei sollen Daten in der Datenbank abgespeichert werden. Aus im Text gefundenen Entitätstypen entstehen im semantischen Datenmodell dann Klassen. Klassen werden als Rechtecke dargestellt. Der Name der Klasse benennt das Rechteck und steht im Normalfall im Singular, hier also Filiale. Aus dem Anforderungstext wissen wir, dass Filialen durch je eine Filialnummer, Straße, Postleitzahl und Ort näher charakterisiert sind. Diese Eigenschaften werden zu Attributen der Klasse. Attribute sind im Text auch als Nomen dargestellt, existieren aber nur im Zusammenhang mit der Klasse. Beispielsweise gibt es ohne Filiale auch keine Filialnummer. Attribute einer Klasse werden in dieser Form untereinander in das Klassenkästchen geschrieben. Sehen wir uns nun den nächsten Satz des Anforderungstextes an. Hier ist MitarbeiterInnen der Entitätstyp, der durch die Attribute Mitarbeiternummer, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Straße, Postleitzahl, Ort, Bruttogehalt und Tätigkeit näher beschrieben wird. Dafür zeichnen wir in unserem semantischen Datenmodell eine weitere Klasse Mitarbeiter und fügen deren Attribute hinzu. Da es im Datenbankmanagementsystem bei Sonderzeichen und Umlauten zu Problemen kommen kann, vermeiden wir diese bereits im UML-Modell. Aus diesem Grund verwenden wir bei der Benennung von Klassen und Attributen auch keinen geschlechterbewussten Sprachgebrauch. Nachdem wir nun die beiden Entitätstypen Mitarbeiter und Filiale modelliert haben, wenden wir uns im Text den Beziehungen zwischen ihnen zu. Assoziationen stellen logische Verbindungen bzw. Beziehungen zwischen den Entitätstypen dar. Im Text der Datenbankanforderungen können wir diese durch Verben identifizieren. In einer Filiale arbeiten mindestens eine, aber möglicherweise auch mehrere MitarbeiterInnen. In diesem Satz finden wir die Entitätstypen Filiale und Mitarbeiter. Diese stehen durch das Verb Arbeiten miteinander in Beziehung. Wir zeichnen also die Assoziation als Linie zwischen den beiden beteiligten Klassen ein und geben ihr den Namen Arbeitet. Mit einem Pfeil können wir auch die Leserichtung kennzeichnen. Wir lesen Mitarbeiter arbeitet in Filiale, daher zeigt der Pfeil in unseren Modellen nach rechts. Weiter geht es in unserem Anforderungstext mit MitarbeiterInnen können Vorgesetzte haben. Vorgesetzte MitarbeiterInnen können keine oder mehrere MitarbeiterInnen unterstellt sein. Jetzt sehen wir, dass ein Objekt einer Klasse mit einem oder mehreren Objekten derselben Klasse in Beziehung stehen kann. Dies wird als rekursive Assoziation bezeichnet. Daher zeichnen wir eine Assoziationslinie von Mitarbeiter zu Mitarbeiter und benennen sie mit ist unterstellt. Bei einer rekursiven Assoziation müssen wir die Leserichtung kennzeichnen. Zusätzlich ist es sinnvoll, Rollen zu benennen, welche die Klassen an der Assoziation spielen. In unserem Beispiel sind Mitarbeiter Vorgesetzten unterstellt. Wenn wir den weiteren Text mit den Datenbankanforderungen auf diese Weise durchgehen, erhalten wir dieses Modell. Das Modell ist sehr einfach und leicht zu verstehen. Ich kann es nun der Bäckerei vorlegen, um nochmal alle Punkte durchzugehen und darüber zu diskutieren. Das ist ganz wichtig, um Fehler und Missverständnisse bei der Datenbankentwicklung zu vermeiden. Das Modell in dieser Form ist aber noch nicht fertig. Um es später im logischen Entwurf als Grundlage für die Abbildung auf das verwendete Datenmodell verwenden zu können, fehlen zum Beispiel noch Informationen darüber, in welcher Form die Objekte von assoziierten Klassen miteinander zusammenhängen und noch einiges mehr. Dazu aber ein anderes Mal. So, nun wissen wir, wie wir Entitätstypen, Attribute und Assoziationen in einem UML-Klassendiagramm darstellen können. Jetzt trinke ich noch schnell meine Kaffee aus und dann werde ich meinen Entwurf mit dem Management der Bäckerei besprechen. Bis zum nächsten Mal!